Dann Dennis Rasmussen, der Mann zum 2 zu 2, Ausgleich drauf, schickt sich an hier mal für eine Führung zu sorgen, Rasmussen, nein, Tor, Dennis, Rasmussen, das gibt's ja gar nicht, Slapstick-Einlage, da war das Ganze eigentlich schon vorbei und dann rullert die Scheibe rein, Bolzhauser ist aufmerksam, will die Scheibe irgendwie noch wegbringen, hechtet ihr nach.